hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von eurer gameplayerin ja ich musste zwischendurch noch nicht leveln denn es geht sofort wieder weiter weiter mit der dunklen bruder schafft und zwar sehen wir im hintergrund dass wir wieder einen neuen auftrag das ist gar nicht gut assassine bin ich froh euch zu sehen er hat sich eine seiner ideen in den kopf gesetzt und jetzt bin ich krank vor sorge um ihn der kraster sagt mir warum ihr so aufgebracht seid es geht um grüne giftzunge seitdem er angefangen hat in diesem tagebuch zu stöbern dass ihr mitgebracht habt hat er dieses seltsame funkeln in den augen ihr wisst schon welches das was darauf hindeutet dass er etwas töricht das plant etwas gefährliches ich hätte aus astara und dem sprecher doch berichten sollen was er entdeckt hat er hätte nun bisher behält er alles was er herausgefunden hat für sich ich weiß es ist seine angelegenheit aber ich mache mir einfach sorgen um ihn könntet ihr mit ihm sprechen er mag es nicht so zeigen aber er respektiert euch vielleicht dürft ihr ihm bei dieser sache sogar helfen ich werde zur freistadt reisen und mit grünen giftzungen sprechen also geht es wieder zurück dorthin wo ich gerade hergekommen bin das ist ich habe es nur nie verstanden warum man dann eigentlich immer wieder richtung weg schreien zurück laufen muss zwischendurch weil es doch nervig ist bis zur tür wäre zumindest ein bisschen kürzer noch besser wäre natürlich wenn man einfach ja an der stelle wo man gerade ist bescheid bekommt wobei das in der situation wahrscheinlich nicht das beste gewesen wäre weil er wollte erst mal das buch studieren aber so viel zeit hat er dafür jetzt natürlich auch nicht gehabt dieses tagebuch dass ihr geborgen habt der inhalt ist ebenso verstörend wie faszinierend ihr habt gemeldet meine alte schwester lyra wir ja sei der schwarze drache dem tagebuch zufolge hat der schwarze drache lyra jedoch getötet ich muss die wahrheit in dieser sache herausfinden erzählt mir mehr über lyra wir ja lyra war die begabteste aus unseren reihen mir wurde gesagt sie starb während der säuberung dass sie an der seite unserer brüder und schwestern gefallen wäre dem tagebuch zufolge starb lyra durch die hand des schwarzen drachen doch ihr sagtet diese würde ebenfalls den namen lyra verwenden merkwürdig was möchtet ihr unternehmen am liebsten würde ich dieses tagebuch zurückgeben und mir einreden ich hätte es nie gelesen aber ich kann geheimnissen nicht widerstehen wenn der schwarze drache lyra getötet und meine ehemalige freistaat zerstört hat muss ich es wissen es wird zeit meinen eid zu brechen und dorthin zurückzukehren werdet ihr mich begleiten ich werde euch zu eurer ehemaligen freistaat begleiten ich sorge für die reise dorthin trifft mich an den toren von anvil sobald ihr zur abreise bereit seid und vielen dank assassine dass er zugestimmt hat mir zu helfen wo liegt eigentlich eure ehemalige freistaat nicht weit von hier gleich hinter der grenze in schwarzmarsch um genau zu sein ich war schon seit vielen jahren nicht mehr dort ich frage mich was wir dort wohl vorfinden wenn wir endlich ankommen ihr sagt etwas über eine säuberung eine säuberung so haben sie es genannt ich schätze der begriff ist zutreffend in unseren reihen gärten verrat und verderbnis auch wenn ich mir bezüglich ihrer quelle nicht sicher bin oder wie es überhaupt dazu kam die schwarze hand beschloss dass eine gründliche säuberung die beste lösung wäre dies zu ändern warum wurdet ihr im zuge der säuberung nicht getötet noch eine ausgezeichnete frage die werde ich für später aufschreiben doch was die antwort anbelangt ich hatte zu jener zeit gerade arbeit tief im schwarzmarsch was immer der rest meiner freistaat auch getan hatte um die schwarze hand zu erzürnen so war doch offenkundig dass ich keine schuld daran getragen hatte warum sollte der schwarze drache den namen eurer freundin verwenden vielleicht hat der schwarze drache lyras name als eine art trophäe angenommen oder vielleicht hat er es auch nur getan um uns zu verwirren ungeachtet dessen dachte ich lyra wäre gemeinsam mit dem rest meiner brüder und schwestern gestorben ich glaubte ich allein wäre verschont geblieben glaubt ihr der schwarze drache hat eure alte freistaat zerstört ich bin mir nicht sicher was ich glauben soll aber der schwarze drache legt diesen verdacht in ihrem tagebuch jedenfalls nahe in jedem fall hätte nur eine meister assassine etwas derart weitreichendes wie eine säuberung vollbringen können die fertigkeiten der schwarzen drachen weisen sie eindeutig als solche aus seid ihr sicher dass ihr zu eurer alten freistaat zurückkehren wollt ich kann geheimnisse nicht ausstehen wenn ich mich meiner vergangenheit stellen muss um licht in die gegenwart zu bringen dann soll das ebenso sein immerhin werde ich nicht allein sein mit euch an meiner seite bin ich mir sicher das geheimnis der gesäuberten freistaat ergründen zu können was immer es auch sein mag weiß astara von unserem vorhaben so sehr ich neugier auch bewundere können eure fragen bisweilen etwas irritierend sein die matrone bat mich das tagebuch zu untersuchen und ihr bericht zu erstatten meine nachforschungen erfordern einen besuch meiner ehemaligen freistaat alles im rahmen unserer pflichten gewissermaßen sollten wir sie nicht wissen lassen wohin wir gehen soll ich losgehen und astara erzählen dass ich ihre beste rekrutin an einen ort mitnehme den die dunkle bruderschaft zerstört und zurückgelassen hat um die wahrheit über den schwarzen drachen herauszufinden ich würde sagen nein lasst uns das nicht tun sie wird sowieso früh genug davon erfahren warum nicht helft mir auf die sprünge nee das machen wir jetzt nicht nochmal weil sonst wiederholt der schon wieder das gleiche da bin ich ja jetzt beim letzten mal schon drauf reingefallen ja trefft grüne zunge nah an will dann würde ich sagen ich porpe mich jetzt mal darüber beziehungsweise reite auch darüber und wir sehen uns dann gleich am zielort so den ort kennen wir ja schon da haben wir unseren ersten auftrag sozusagen gehabt steht der hier hinter ne er steht doch hier vorne aber wieso soll ich jetzt mit ihr sprechen schön euch wieder zu sehen richtet eurer kleinen nord aus dass sie vorbeikommen und hallo sagen soll wenn sie die gelegenheit hat ja toll reist zur gesäuberten freistaat also anscheinend kann ich einfach so ohne mit ihm zu reden reisen ja das hat geklappt ich bin schon sehr sehr lange nicht mehr durch diese marsch gegangen seltsam aber es fühlt sich nicht wie eine heimkehr an könnte vielleicht an den ganzen wilden tieren hier liegen die einen fressen wollen ich habe nie viel über die säuberung in erfahrung bringen können selbst die zuhörerin wollte nie darüber sprechen sie meinte aber die schwarze hand kann in extremen fällen eine säuberung erbitten ich wünschte nur ich wüsste was diese säuberung nötig machte doch diesmal erfahren wir wohl etwas bislang noch unbekanntes zumindest hoffe ich das ja sagt er noch mehr scheint nicht so dann gehe ich schon mal rein jetzt sagt er auch nichts mehr die schwarze tür nach all den jahren ist sie immer noch heil keine sorge ich erinnere mich an die richtige antwort was ist das geschenk des todes der trost mein bruder wir müssen mit mehr als nur unseren augen sehen um an diesem ort die wahrheit zu enttarnen wie machen wir das noch eine ausgezeichnete frage nur weiter so assassine ich glaube fest daran dass man immer auf alles vorbereitet sein sollte deshalb habe ich dieses harz eingepackt wenn man es verbrennt enthüllen seine dämpfe dinge die unseren schwachen augen verborgen bleiben was soll ich tun spürt ihr es nicht wir sind hier drin nicht allein ihr müsst euch um alles kümmern was uns aufzuhalten versucht während ich die flamme am lodern halte wurde diese freistadt nicht aufgegeben hatte ich das nicht schon erklärt lasst mich in meinen notizen nachsehen interessant die freistadt wurde von den lebenden aufgegeben ja aber sie birgt immer noch viele dunkle geheimnisse geheimnisse die womöglich nicht einmal das harz enthüllt wir sollten auf der hut sein dann lasst uns anfangen so lasst mich denn die flamme entzünden atmet tief ein und lasst das harz euch die augen öffnen es mag sich unangenehm anfühlen aber ich rate euch dringend euch nicht dagegen zu wehren die wirkung sollte aller voraussicht nach nur vorübergehend sein lasst die dämpfe uns zu jenen antworten führen nach denen wir suchen ja das heißt es geht mit kampf weiter aber wenigstens was wo ich kein kopfgeld bekomme ist immerhin etwas so ich hoffe er ist schnell genug dass auch wirklich mit mir mitkommen kann die schwarze hand die freistadt versiegelte hatte ich keine ahnung dass sie die toten zurückließen wo sie gefallen war wollen wir mal sehen was das harz enthüllt ja wir kommen und dann von hier unten kommen wir aber auch da rum naja egal wir gehen jetzt mal gegenüber hin ich meine anders ging es auch noch mehr sterbliche überreste ein weiterer toter bruder ein weiteres teil dieses traurigen ich würde die bruderschaft nie verraten ich kenne euch analyse doch meine befehle sind eindeutig bitte es muss doch einen anderen weg geben wenn das nur wahr wäre sterb schwester klarheit erblüht im nebel des ist doch eine derart schreckliche aufgabe übertragen zu bekommen das sind übrigens die gleichen dunklen wächter die in der freistadt rumlaufen weswegen ich mich auch mal erschrocken hatte beim ersten mal so und dann können wir jetzt hier rechts rum durch diese flore zu wandeln erinnert mich an die geschichte die wir den initianten erzählen um ihnen angst einzujagen die geschichte vom zorn von sitis boah ich bin hier gerade irgendwas mit der leiche am machen du idiot die überreste am durchsuchen genau was sind das tränen henker sollten nicht weinen lürer los rammt eure klinge in mein herz wenn sitis mich ruft springe ich gern in die leere wenn man uns ruft müssen wir gehorchen glaubt ihr das wirklich selbst jetzt meint ihr noch dieser irrsinn hätte einen zweck sinn und zweck sind nur illusion für die masse doch ihr kennt die wahrheit lürer und nun stecht zu schickt mich nach hause in den alten geschichten erscheint der zorn von sitis um die seelen von verrätern davon zu tragen wenn das wahr ist so frage ich mich warum diese säuberung überhaupt nötig war tja gehen wir mal zum nächsten punkt ach du schon wieder äh da müssen wir als letztes hin jetzt müssen wir erstmal eins weiter hier rüber und natürlich stehen hier wieder gegner aber die haben uns noch nicht gezogen noch weitere sterbliche überreste ich hoffe es sind die letzten das hoffe ich auch schwarze hand würde das niemals gut heißen ich glaube das nicht ihr müsst es auch nicht glauben ihr müsst einfach nur sterben sie hat die säuberung ihrer eigenen freistadt vollzogen ich mag mir da nicht ausmalen was das in ihr ausgelöst hat wie schrecklich Lyra wurde befohlen ihre eigene freistadt zu säubern ihre eigenen brüder und schwestern zu töten darauf wäre ich nie gekommen was denkt ihr was das alles bedeutet das bedeutet dass man mich über die säuberung im dunkeln ließ ich verstehe warum man das für nötig hielt doch das ändert nichts an der tatsache dass sich die wahrheit allein herausfinden musste Lyra starb nicht bei der säuberung sie war das Schwert der schwarzen Hand doch was ist danach geschehen und worin besteht die Verbindung zwischen Lyra und dem schwarzen Drachen das will sich mir noch immer nicht erschließen offenkundig will uns der schwarze Drache glauben machen dass sie und Lyra ein und dieselbe Person sind doch ich kann mir nicht vorstellen dass Lyra sich je von der Mutter der Nacht und von Sitis abwenden würde in diesem Mosaik fehlt noch ein Steinchen ich weiß es einfach wie finden wir diese Steinchen das im Mosaik noch fehlt nachdem Lyra die säuberung abgeschlossen hatte ist sie vermutlich zum Schrein von Sitis gegangen um eine Opfergabe darzubringen und im Gebet für ihren Erfolg zu danken das war ihr übliches Ritual lasst uns den Schrein besuchen und nachsehen ob dort noch Bilder von jenem Augenblick verblieben sind äh das war jetzt der in der Mitte genau laufen wir nochmal eben dahin kann ich hier doch hier kann ich runter Schaut ich hatte recht es gibt noch eine Erinnerung zu sehen Schreckensvater hörst du mich siehst du wozu sie mich gezwungen haben war das wirklich dein Wille hat die Mutter das wirklich befohlen ich tat was man mir aufdruck doch es fühlt sich falsch an bitte Schreckensvater sprich zu mir wolltest du all diese Tode wirklich erlaubt mir euch zu beruhigen Kind ihr habt genau das getan was euch befohlen war Sprecherin ich wusste nicht dass ihr noch hier seid ein weiteres Sakrament wurde durchgeführt ihr müsst in die Stadt Quatsch reisen und Jonas den Primas von Akatosh ausschalten aber Sprecherin meine Familie ich brauche Zeit um eure Familie persönliche Bande sind unter eurer Würde erinnert euch daran wer ihr wirklich seid skrupellos ehrgeizig ihr seid meine schweigende meine Waffe ja Sprecherin ich erinnere mich ich reise sofort nach Quatsch nun wenn das mal keine Offenbarung war ich muss wohl noch andere Anwendungszwecke für diese wunderbaren Dämpfe finden es scheint als hätte Lyra nicht nur die Säuberung unserer alten Freistaat durchgeführt wie man es ihr befohlen hatte sondern sie nahm im Anschluss auch noch einen neuen Kontrakt an ich habe es gesehen aber wer ist Primas Jonas Bevor seine Großartigkeit Artorius an die Spitze der religiösen Hierarchie aufstieg stand Primas Jonas Akatoshs Anhängern an oberster Stelle vor es gab schon vorher Gerüchte doch das ist der Beweis dass Jonas keines natürlichen Todes starb doch warum arbeitet Lyra jetzt für den Orden der Stunde eine ausgezeichnete Frage falls der schwarze Drache wirklich Lyra sein sollte bringe ich diese Verräterin eigenhändig um trefft mich in Quatsch Assassine ich habe noch ein bisschen Harz übrig damit sind wir unter Umständen in der Lage festzustellen was sich im Zuge von Lyras letztem Kontrakt abspielte Schazarathar wird euch zur Goldküste zurückbringen ich treffe euch vor der Kathedrale in Quatsch sobald ich diesen Erinnerungen meinen Respekt gezollt habe dann mache ich mich jetzt mal direkt auf gehe nach draußen lass mich von der guten Dame hier komme ich hier rum ich glaube ja ne wieder zurückkutschieren und wir sehen uns dann gleich in Quatsch wieder bis gleich ja und da sind wir dann auch schon wieder hier ist geradeaus ich kann es nicht erklären aber ich habe das Gefühl dass hier der richtige Ort ist vielleicht ist das ein Überbleibsel davon dass wir so viele Dämpfe eingeatmet haben ich habe nur noch genug Harz für ein paar wenige kostbare Sekunden hoffen wir darauf dass ich bei diesem Ort richtig liege ich bin bereit wenn ihr es seid dann atmet nun ein letztes Mal tief die Dämpfe des Harzes ein wollen wir sehen ob wir das Schicksal meiner verlorenen Schwester Lyra ergründen können das ist kein Ende in Sicht steckt die Waffe weg Kind wir haben viel zu besprechen ihr fühlt euch verloren ohne Ziel doch das Gegenteil trifft zu alles hat euch zu mir geführt ich sehe nur einen weiteren Zeugen der für immer schweigen muss ich habe das Sakrament durchgeführt das euch herführte nicht weil Primas Jonas sterben musste sondern weil Akatosh will dass ihr euch uns anschließt euch anschließen? ich verstehe nicht ihr müsst euch von der Lehre abwenden und ins Licht treten schließt euch mir an und wir wandeln zusammen auf dem Pfad der Erlösung Erlösung? ich bin eine Mörderin für jemanden wie mich gibt es keine Erlösung Unsinn Kind Akatosh vollbringt ständig weitaus mächtigere Wunder wir müssen eure Fähigkeiten nur in den Dienst des Drachengottes stellen werdet ein Schwert Akatoshs mein schwarzer Drache der die Dunkelheit des Bösen verbrennt ich ja jetzt verstehe ich ich stelle meine Klinge und mein Leben in den Dienst Akatoshs zeigt mir den Weg die Visionen lügen nicht die Dämpfe bestätigen meine schlimmsten Befürchtungen Lyra hat die dunkle Bruderschaft verlassen und wurde zum schwarzen Drachen sie hat uns alle verraten ich weiß ihr hattet gehofft dass wir uns bezüglich Lyra getäuscht hätten Lyra Viria starb an jenem Tag als der schwarze Drache geboren wurde ganz wie es im Tagebuch stand meine Freundin ist tot es bleibt nur eine weitere Feindin der dunklen Bruderschaft eine Gegnerin die durch meine Hand sterben wird es klingt als würde der schwarze Drache Primas Artorius dienen und das sind Informationen die Astara erhalten muss Diener wie Herr müssen beide dafür in die Leere gestürzt werden dass sie es gewagt haben uns anzugehen kehren wir zur Freistaat zurück und sagen Astara was die Dämpfer uns offenbarten ich treffe euch dort na gut dann würde ich sagen wir sehen uns auch gleich in der Freistaat wieder wenn der Herz nicht ein Org wäre, hätte er sich schon längst umgebracht er bringt Schande über immer fort so, dann werden wir Astara mal die naja, nicht ganz so frohe Kunde überbringen aber immerhin die wichtige Information und natürlich weiß ich wohin ihr wolltet Gift Zunge wenn ich etwas anderes geplant hätte wäre aus euch schon längst eine Handtasche geworden sagt mir was ihr aufgedeckt habt alle Beweise deuten auf einen Schluss sind Lyra ist der schwarze Drache und sie arbeitet für Primas Artorius der schwarze Drache war eine von uns sie weiß wie wir denken wie wir handeln Artorius setzt unsere eigene Waffe gegen uns ein gebt mir den Befehl Matrone lasst es meine Klinge sein die dem schwarzen Drachen ein Ende macht Geduld Bruder lasst mich die Folgen bedenken eure Verbindung mit Lyra könnte ein Vorteil in dieser Sache sein aber auch ein Nachteil Ah, da kommt unsere Assassine zurück aus der Wildnis von Schwarzmarsch kommt, reden wir grüne Gift Zunge hat mir Bericht über euren kleinen Ausflug erstattet was ihr entdeckt habt zeigt uns wie sehr uns die Vergangenheit bisweilen heimsuchen kann da es dabei um den Primas geht werden Sprecher Terrenos und die schwarze Hand über unsere nächsten Schritte entscheiden seid ihr nicht wütend? wir haben nie wirklich die Erlaubnis erhalten zur ehemaligen Freistadt von Gift Zunge zu reisen wäre euch eine Strafe lieber als Lob, Assassine? lasst die schwarze Hand entscheiden wie wir diese gefährlichen Gewässer durchschiffen fürs erste arbeitet ihr an euren Kontrakten schärft eure Fähigkeiten der schwarze Drache wird für ihre Vergehen büßen genau wie ihr Herr und Meister Artorius und wir erhalten einen Gürtel von Sitis Berührung und einen Fertigkeitspunkt ja und damit ist auch diese Aufgabe wieder beendet wir sehen uns dann vermutlich nach erneuten Leveln in der nächsten Folge wieder bis dann Ciao vielen Dank für dein Like wenn du mehr davon sehen möchtest dann darfst du mich auch gerne abonnieren